Und wieder zurück bei Mittelerde. Nach der Ansprache der letzten Folge bin ich immer noch gefesselt. Immer noch gefesselt. Das war so eine legendäre Ansprache. Wir müssen hier die Festung noch ordentlich verteidigen. Die einen oder anderen sind noch gefangen bei mir. Der hier ist noch im Auftrag. Ich weiß aber nicht mit wem. Ich brauche unbedingt Männer, die mir hier das verteidigen. So, wir schnappen uns den. Wo wird er gefangen gehalten? Den unten. Haben wir eigentlich noch ein paar Hauptmänner gekriegt? Nicht mehr, ne? Nein. Na gut. Ja, da. Ich hoffe, dass ich da noch was holen kann. Ja, ja. Wir sind doch schon lange vorbei. Ich habe das Gefühl, irgendwas stimmt gerade nicht so richtig. Wir machen mal eine Schnellreise hier hin. Dann lädt es neu. Ich hoffe, dass die Musik dann weggeht. Ja, du, 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 du. Hi. Durchgezogen. Die Musik ist immer noch todesäbisch, obwohl irgendwie das gar nicht mehr sein dürfte. Was ist das denn? Aha, das ist... Mani, Mani. Ist ja cool. Aber was ist los? Im Sound. Du, 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 du. So, vielleicht endet es jetzt. Er tötet mich nicht. Er lässt mich frei. Denn ich bin bereits in seinem Kopf. Und in euren Augen. Bist du behindert oder so? Hab ich den schon mal gedemütigt? Hab ich den schon mal gedemütigt, ne? Ich bin schon mal gedemütigt. Oh. Warum sind es zwei? What the fuck? Mein. Cool. Viel mehr wir den wissen. Die Folge von Wilden. Den schnappen wir uns. Den, den Klotzkaufgirr, den töten wir. Deine Arbeit ist das wahre Zeichen eines Duellanten. Deine Feld wurde am ehesten unter... Tollpatschig an Junintar. Werde ich nicht so an. Ja, schlägt noch mal zu. Du bist direkt da reingelogen. Ich muss da ein Kompadre hin. Oh, ist der schon tot? Hab ich den schon... Ach, verdammt. Niemand nimmt meine Leute gefangen. Okay, das endet. Gure Lassur hat erfolgreich abgeschlossen. Wir gehen hier hoch und lassen die Zeit verstreichen. So, nachher verteilen. Erinnert mich immer an Snafu. Ich habe immer das Gefühl, Snafu, bist du hier? Falsches Land. Falsches Land. Falsches Gebiet. Nicht Snafu, ist nur irgendein anderer Bekloppter. Okay, wir haben vier neue Hauptmänner. Sehr schön. Potenziell gute Männer. Boah, das habe ich noch nie erlebt. Da hat den wirklich geni... Heftig. Heftig. Jetzt sind es fünf. Tja. Dann lass uns mal herausfinden, wer das ist. Drei-Fach-Angriff. Na, schade. Einen Necromant noch in der Verteidigung. Das wäre ganz schön. Das könnte ich brauchen. Einen Necromant in der Verteidigung. Den könnte ich brauchen. Ist den gebrüht? Na? Aus Descargo in der Schlacht ruft Verbündete Bestienheilen und dazu bringt sein Ziel anzugreifen. Stößt an bestialischen Brüllen aus Descargo in der Schlacht. Ruft. Also das heißt, er ruft Verbündete. An Blutsbruder. Der ist es nicht. Ich kriege in den Landen auch keinen guten mehr, ne? Witzig. Was ist der da war die ganze Zeit? Nachdenkurs. Alle? Na doch nicht. Mein Dauber ist zu schlecht. Nichts. 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 Alles gut. Alles gut. I need information. What the fuck stimmt mit dem nicht? Ich stelle trotzdem mal ein paar auf. Wen haben wir hier eigentlich drin? Cargo reiten, Giftbombe, letztes Gefecht. Ne, du bist eigentlich nicht der, der da sein sollte. Schildträger, Kriegsspanner. Du bist gut da. Das ist okay. Die Folge von Schildträgern und du auch, so. Das heißt, du tauschst mit dem. Gut. Oder Verteidigung, grosse Fresse. Dann, äh, die Folge von Ollox, keine Chance. Den finde ich gut. Du darfst hier verteidigen. Natürlich noch etwas höher sein können. Und du. Fantastisches Gefolge. Schildträger. Ich stelle mich hier hin. Aber ich wechsle die Position gleich. Weil jemand, der so gut verteidigt. Obwohl, warte mal kurz. Den will ich noch trainieren, den Jungen. Der muss stärker werden. Du kommst, du. Du kriegst deine Chance nachher gleich. Nerf nicht rum. Typische Entschlossenheit. Den habe ich hier oben hin. Der andere ist jetzt sicher enttäuscht, weil ich ihn degradiert habe. Dabei will ich ihn nur noch trainieren. Ich will den Erker machen. Und dann stelle ich ihn in Verteidigung. Weil wenn ich schon ein Ollokai hier habe, wo die Ollokai nicht so waren, es hat ja nicht so viele hier, ne? Ich habe jetzt einfach nur drei. Zwei. Zwei sind sogar nur. Hier kommt noch mal ein bisschen was, ne? Oh, genau. Das nehmen wir natürlich mit. Aktiviere diese Verbesserung und deine Chance, die in den Jubilen höherer Qualität zu erhalten. Einige Orks sind selbsternannte Marodeure, die es nach Reichtümern verlangt. Anders als der Rest der Orks. Gier, nicht Mordlust, treibt sie an. Im Gegensatz zu den meisten Orks tragen sie Schmuck wie diesen Ring, um ihren Status zu zeigen. Diesen nahmen wir einem toten Marodeur ab. Wir wissen also nichts über seine Geschichte. Er scheint aber nur minorisch zu sein. Wenn wir nur wüssten, wo die Marodeure solche Schätze finden. Das ist sicher ganz gut. Könnten wir die Schätze nämlich auch von da holen. Ein Ring aus Numenor. Und gut gearbeitet. Nach dem Maßstab der Menschen. Wie es immer wieder runterspielen muss. Glaubst du, es regnet morgen? Ja, morgen regnet es doch doch sicher. Ja, ich hab extra Boncho gekauft, deswegen ist das so gut. Also, Grube, Maden, Todkrank, Gefolge von Jägern, Entschlossen, etc. Big Boss hier. So, auf den Weg, Junge. Ja, komm mir zu nah, du wirst verbrennt. Ja. So geht das wohl nix. Urlazu, der Verschlinger. Guter Mann. Guter Ork. Guter Olokai. Das ist ja nicht mal ein Mann. Nicht mal im Ansatz. So. Was kannst du? Ziel, Köder, Rauchbombe. Nix. Den macht er platt. Hau drauf, Junge. Wie hässlich bist du denn? Immer muss ich gegen die Hässlichen kämpfen. Mal sehen, ob du Herausforderung bist. Ja. Das fällt mir erst jetzt auf. Er hat einfach einen Knochen dabei, mit dem er zuschlägt. Es ist zu faul, eine echte Waffe mitzunehmen. Autsch. Also ich stelle mir das bei ihm ja folgendermaßen vor. Und zwar, der ist am Essen. Und dann hat er einfach keinen Bock, seine Waffe mitzunehmen. Und dann nimmt er einfach das, den Knochen mit. Der, wo er gerade am Essen ist. Ja, egal. Nehmen wir mal den mit. Pass schon. Nein, oh. Jetzt bin ich gespannt, ob er den auch knackt. Mist, der theoretisch. Aber das ist ein Champion. Ich meine, uns den ist gut an. Morgen fliechen. Bitte. Jetzt die Explosion. Ah, den kriegt er schon. Ich bin nicht beeindruckt. Das kommt noch. Niemand kann mich besiegen. Niemand. Niemand. Mich da mit seinem Knochen, ne? Oder ist es eine Keule? Es sieht aus wie ein Knochen. Autsch. Gleichmachsbomben. Gleichmachsbomben. Dann prügeln sie einfach alle tot, ne? Letzter Schlag und guck. Er explodiert noch, aber das bringt jetzt nicht mehr. Nichts mehr. Will mir den trotzdem nochmal kurz angucken. Den nächsten. Hallo, Tobsucht. Nö, nö. Das lassen wir jetzt. Gut. Und jetzt kann ich ihn befördern. Genau. Urla Su. Ich will jetzt gucken, welcher besser ist. Ich folge Schildträger. Er hat Verstärkung rufen und letzter Befehl. Das ist natürlich mega geil. Der hier hat Schildträger. Letzter Befehl. Spielt eigentlich gar keine Rolle. Und dann tauschen ich einfach so kurz durch. So. Und jetzt müssen wir halt noch... Yeah! Mega geil! So. Mehr haben wir nicht hier. Bruce ist weich in der Birne. Selber schuld. Ah, ich habe was vergessen. Und zwar noch die Festung aufzubauen. Er hat jetzt immer noch Holzmauern und so einen Scheiß. Das wollen wir natürlich nicht. Wir bauen neu auf. Können wir das nicht? Noch zwei. Sind jetzt schon ordentlich viele, hey. Also. Die besten Mauern gibt's. Brennende, brennende. Wildhort. Berserker vom Fass. Gift. Oh, ich habe gar nicht mehr genug. Traurig. Ich kann ja eigentlich alles zerstören, was hier so ist, ne? Obwohl das ein Zeitchen dauert. Ich mach extra nur die Weißen kaputt. Die anderen haben halt teilweise echt coole Fähigkeiten drauf. Obwohl es schneller gehen würde, wenn ich auch mal so einen Pick-Gegenstand kaputt mache. Aber egal. Was brauche ich etwa? 3000? Ich glaube, ich mach die mal fertig kaputt komplett. Und dann sollte es gehen. Dann, wir kommen gut auf 3000. Ja, ja, super. Giftige Belagerungsverteilung. Erlenfeuer. Ich mach mich hier unten noch. Nein, 2000. Fernbogenschützen. Passt gut. So, jetzt werde ich aber trotzdem noch wissen, was die neuen Hauptmänner können. Und ob es einen gibt, den ich vielleicht noch rekrutieren möchte. Wo ist jetzt der Typ? Wir wissen. Keine Chance. Ist immer gut, keine Chance. Schützt natürlich super vor einer, oder? Oh, nee. Ich kann das nur machen, wenn es schleichend ist, ne? Nur dann übernimmt er. Jeder Tag, an dem man leben, erst in Höhlen kommt. Ist der gut? Ist der gut? Ist der gut? Hey! Man kann einen Jäger nicht jagen, du Narr! Du bist es nicht. Nicht für mich. Ich habe eigentlich keinen Bock, gegen mich zu kämpfen. Deswegen reine ich einfach weg, ne? Ich will was Gutes. Das ist ja nicht mal gut, was der ist. Das ist ja blödsinnig wieder. Drei noch. Die noch offen sind. Die Folge von Jägern. Ach. Die machen es einem aber hier auch einfach schwierig, was Gutes zu finden. Ja. Ja. Die. Episch kränklich. Episch Entschlossenheit, weil er da macht. Der ist nicht schlecht, aber... Ich suche einen NICROMANN! Muss ich nicht. Gargo Rudel hat der. Aber das ist es auch nicht. Ich bin einfach ein NICROMANN-Typ, ne? Und das wird es wahrscheinlich nicht hier. Der letzte wird es wahrscheinlich auch nicht sein. Leider, leider. Hat jetzt wieder nicht geklappt. Die Folge von Jägern. Man ruft Verstärkung. Ist eigentlich ganz cool. Will ich den noch aufnehmen? Komm, den nehm ich noch auf. Gibt's zwei jetzt? Gibt's? Gibt's? Also ich hab dann halt einfach an der einen Stelle total die Verteidigungslinie mit... Wenn er stirbt, ruft der Verbündete. Wenn er stirbt, ruft der Verbündete. Pipapo. Das ist eine schnelle Fortbewegungsmethodik. Unbeholfen. Kann ergriffen werden. Leichtes Ziel. Gut. Gibt's? Ach. Ja. Unbeholfen. We nämlich nur für die Verbreitungen. Wir bleiben. Wir veraunsten sie auch. Ven deve es ihnen noch an. Drei, ihr bringt mich zurück. Für mich ist es hier. Drei, Drei... Drei, Drei. Drei, Drei... Drei... Drei, Drei. Komm, ich will ihn nicht töten. Dankeschön. Gut. Du darfst nun den hier verteidigen. Guter Mann. So. Sieht ansonsten leider düster an uns hier in dem Gebiet. Etwas. Etwas sehr. Deswegen donnern wir Schnellreise nicht möglich. Gut. Wir donnern nicht dahin. Weil Schnellreise nicht möglich ist. Tja. Das heisst für uns jetzt folgendes. Wir haben das Gebiet verteidigt. Äh, eingenommen. Gut aufgebaut mit Verteidigung. Und so weiter und so fort. Wir kriegen leider nicht viel bessere Truppen zusammen. Das ist das, was wir halt jetzt gerade haben. Gerade eigentlich. Wir haben eine mehr oder minder gute Verteidigung. Wir haben an vorderster Front am Tor selbst. Eine recht ordentliche Verteidigung. Ansonsten, ja, herzlichen Grenzen. Neuer unbekannte Hauptmann. Aber den holen wir jetzt nicht. Gut. Dann würde ich sagen, es geht in der nächsten Folge weiter. Und da gibt es dann in Minas Ithil oder mittlerweile Minas Morgul noch einiges zu tun. Ich freue mich drauf. Bis dann. Untertitelung des ZDF für funk, 2017